und schauen mal okay wir gehen mal hier runter dann müsste das hier okay da komme ich nicht mehr raus gut noch mal wir gehen hier runter das würde die tür öffnen deswegen gehen wir mal dahin ziehen dich ein bisschen zurück laufen hier rüber schieben dich darum dann ziehen würde ich doch wieder wo der muss so viel plackern dieser arme junge okay also wir werden da doch noch raus gekommen aber halt nicht so wie ich das erwartet hätte okay den will ich bitte gelb behalten den will ich nicht gelb behalten die andere musik gelb behalten das ist okay den muss ich so machen okay sekunde noch mal hammer wunderbar okay du kommst zurück gut dann würde ich sagen himmelblau wird ausgeschaltet und jetzt ist offen das heißt können mit dir sogar weitergehen und den schlüssel holen äh rot ach ja jungs warum müsst ihr mich immer so ärgern ihr wisst doch dass ich das hinbekomme gib mir mal ein moment wie mache ich die tür da unten auf die tür da oben mache ich nur mit dem laser auf das heißt die tür mache ich mit der kiste auf das heißt vielleicht sollte ich mal darüber gehen und hier mal himmelblau sagen oder orange okay ich würde ganz gerne nochmal die karte anfangen einfach um mir gedanken darüber zu machen wie es eigentlich ursprünglich war bevor ich mich jetzt verrenne oder im so wir sind auf lila die kiste da unten ist gelb die sollte aber rot werden damit ich an den schlüssel kommen ich könnte die färber ausschalten aber dann komme ich nicht über die felder rüber ich kann das verhindern die färber indem ich mich selber oben färben lasse aber dann komme ich nicht mehr oben raus es sei denn ich schaffe es irgendwie von da oben also wir machen jetzt erstmal himmelblau dann kann ich dich nämlich da hinschieben so das wäre der erste ansatz der mir aber nicht zu viel brächte das war jetzt auch dämlich nochmal also wir machen himmelblau gehen hier runter gehen hier rüber gehen hier rüber können dich nehmen und einfach zurückschieben so dann gehen wir auf die andere seite nehmen dich mit und verhindern so mein himmelblau so gelb verhindern wir damit noch nicht dafür bräuchte ich einen zweiten den könnte ich mir holen indem ich einfach sag ok drauf gepfiffen ich pfeife erstmal auf die farben jetzt darf ruhig blau anstehen gut dann komme ich jetzt hier wieder raus und ich habe himmelblau verhindert so das heißt ich komme da hoch das heißt ich kann dich da runter schieben wunderbar und der verhindert jetzt dass meine kiste nachdem ich sie rot gefärbt habe gut wir gehen wieder auf blau ich schiebe die kiste die rote zurück äh die gelbe die wird jetzt rot dann ziehe ich sie wieder weg und stell den spaß dahin so ey dich kann ich jetzt nehmen und hier rüber schieben dann komme ich nämlich auch da wieder hoch dann können wir sagen ok wir machen mal rot dann geht hier die tür auf ich kriege den schlüssel so wir können natürlich wieder zurückschieben einfach damit wir da nicht in die schlucht fallen nicht wirklich wichtig aber egal himmelblau gelb lila ok das ist spannend zack gelb 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 auf da okay himmelblau die tür da geht nicht zu auch nicht schlecht so dann ist es jetzt hier gelb hier durch lila wunderbar und durch die tür ok das wird ja spannend ok ich muss quasi weiterlaufen weil ich sonst die farbe haben ouch ok ok also momentan kommt da blau jetzt kommt da gelb kommt da gelb gelb jetzt kommt da rot jetzt kommt da als nächstes himmelblau äh rot himmelblau rot oh 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 shit fast geschafft also ich muss einfach wirklich gucken was als nächstes kommt so komm fahr mal danke ok also vor allem was als nächstes als kugel kommt nicht was als nächstes als farbe kommt so du bist blau du bist gelb du bist rot du bist lila du bist blau ah shit ok die war zu schnell in der roten gellblau Du bist gelb, du bist rot, du bist nichts, du bist dieses komische Türkis, du bist rot und ich bin fertig. Oh, das ist mutig, okay, orange, zack, hüpfen, grün. So, blau darf ich nicht machen. Blau darf ich nicht machen. Ich brauche eine Kiste. Damit ich weiterkomme. So, mich würde mal interessieren, was gibt es denn hier so? Ah, okay. Okay, verstanden. Okay, dann würde ich orange nehmen. Wir fallen hier runter. Dann sind wir hier grün. Der ist in Ordnung, wir sind hier. Zack. Okay. Von mir aus. Lila, ja, lila. Lila muss ich ja machen. Zack, grün. R incluszen. So. Offiziere. ? So. So.